Was bisher geschah und im unwahrscheinlichsten Moment entdeckte Captain Cobblestone den Diego Maradona in sich. Unglücklicherweise ließ er ihn auch noch frei. Na, Powerful. Unboarding wie jetzt? Unboarding wie jetzt? Unboarding wie jetzt? Unsere Helden hatte es durch eine Kurzschlussreaktion des Transmitters auf eine Burg verschlagen. Unter ihnen lagerte eine feindliche Armee. Hey Leute, was geht ab? Powerful sind nicht alle für deinen Charme empfänglich. Unfassbar, aber wahr. Seid ihr die Verstärkung, die ich angefordert habe? Wie kommt ihr auf die Zinnen? Ein Tipp, lieber Captain. In fremden Welten muss man immer mitspielen. Okay, verstanden. Grüße, Meister der Silbernen Krempe. Wir sind in der Tat die Verstärkung, die Dero einst angefordert habet. Wir haben uns mit unseren außergewöhnlichen Fähigkeiten auf eure Burg verbracht. Gevatter, wie ist euer Name? Ich bin Castellan Grey, Kommandant dieser Burg. Castellan? Wie bei Huibu? Cool. Mein Name ist Ritter Cole Staunton. Das sind meine Leute. Was ist eure Strategie, Ritter Staunton? Tja, gebt mir mal erstmal einen Bericht eurer Lage, edler Herr. Die Armee der Finsteren belagert uns seit Wochen. Ihre Drachen haben unserem Mauerwerk schweren Schaden zugefügt. Die Versorgungswege sind abgeschnitten. Der Winter naht. Zum Glück habe ich in meiner Armee eine versierte Tierbändigerin und zwei exotische Tiere, die es mit jedem Drachen aufnehmen können. Jo, wo sind die? Äh, gute Frage, Drake? Wo ist Ayla? Wer seid ihr? Wer sind diese merkwürdigen Gestalten? Pfoten weg, du Lummi, oder ich beiß sie dir ab. Ein Rasseweib, das mag ich. Du kriegst gleich eins auf die Glocke, Lockenkopf. Haben die Mächte der Finsternis dich hierher geschickt? Der Blödmann, der mich hierher geschossen hat, gehört eher zur Armee der Volltrottel. Und was macht ihr so in eurer Freizeit? Wir sind die Finsteren und belagern seit zwei Wochen Burg Auerstein. Kastellan Grey hat unseren magischen roten Diamanten gestohlen. Der Winter naht. Nette Tierchen habt ihr hier. Drachen? Ja. Feuerfest? Na klar. Und warum sitzt ihr dann immer noch hier und nicht in der Burg? Äh, also das ist meine erste Belagerung. Bist quasi noch in der Ausbildung, was? Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber da könntest du recht haben. Und wie heißt du, Junge? Ich bin Tchau, Feldherr des 8. Regiments. Tchau, ja? Ich nehme an, dein Kumpel hier drüben heißt Gürzi? Es zeugt von persönlicher Unreife, wenn man Witze über die Namen anderer Leute macht. Himmel, wo bin ich denn hier gelandet? Im Hafen der politisch Korrekten? Ich nehme an, dein Kumpel hier drüben heißt Gürzi? Ich nehme an, dein Kumpel hier drüben heißt Gürzi? Ich nehme an, dein Kumpel hier drüben heißt Gürzi? Ich nehme an, dein Kumpel hier drüben heißt Gürzi?